Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf unserem Kosmetikpolis YouTube-Kanal. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar geht es heute um Dupes. Ich habe für euch ein paar Lidscheinpaletten rausgesucht, die Dupes zu anderen Paletten sind. An sich kann man bei super vielen Make-up Produkten Dupes zu finden, aber ich habe mich heute halt auf Lidschein spezialisiert. Die habe ich hier unten. Erstmal ganz kurz zur Erklärung. Dupes sind keine Nachmachen. Dupes sind auch kein Fake Make-up. Also nicht Sachen, die wirklich komplett genauso aussehen, den Markennamen so gesehen das Konzept stehlen, sondern einfach nur dieselben Farben beinhalten. Also dass man einfach nur dieselben Farben auch ein günstiger findet. Dupes sind allgemein von teureren oder High-End-Marken halt die billige Variante davon oder die günstigere Variante davon. Die sind nicht unbedingt billig, sondern einfach nur die günstigere Variante davor, dass man dieselben Farben finden kann. Nicht, dass die Verpackung dieselbe ist. Weil das ist Fake Make-up. Das ist immer was ganz ganz anderes. Das ist ein sehr schwieriges Thema, Fake Make-up, weil das sehr gefährlich sein kann, so die Sachen da drin. Vor allem wenn man da nicht weiß, wie die Sachen produziert wurden. Auf jeden Fall rede ich heute aber über Dupes. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Make-up Evolution macht sehr sehr viele Dupes. Da findet man eigentlich wirklich fast immer ein Dupes zu einem neuen Produkt. Besonders bei Paletten halt. Bei Paletten sind die wirklich sehr sehr schnell dabei, dass die sehr ähnliche Farben haben. Einfach nur, damit man auch für weniger Geld dieselben Looks hinbekommt, dieselben Farben hat, die man mag. Und genau die wollte ich euch heute zeigen. Ich habe hier sieben verschiedene Dupes. Also ich habe hier 14 Paletten, sogar 15, ein bisschen, weil bei einem gibt es zwei Dupes von Evolution, die zueinander sehr sehr gut passen. Nicht alle sind halt hundertprozentig gleich, sondern manche sind halt nur vom Farbschirm her extrem ähnlich. Und ich wollte euch die halt einfach mal alles swatchen, damit ihr mal sehen könnt, wie ähnlich die sich sind. Ich mag Dupes. Also ich finde das an sich ist eine super Idee eben, damit man nicht extrem viel Geld immer für Make-up ausgeben muss. Weil es gibt auch für einen günstigeren Preis sehr sehr gute Qualität. Ich mag die Lidschatten von Make-up Evolution sehr sehr gerne. Die sind super gut. pigmentiert. Die lassen sich schön verblenden. Die bleiben den ganzen Tag da, wo die sein sollen. Die verschmieren nicht. Die verschwinden nicht. Ich mag die sehr sehr gerne und deswegen wollte ich euch mal zeigen, was die Dupes davon sind. Es gibt sehr sehr viele Dupes zu den Huda Paletten oder zu Anastasia Beverly Hills Paletten. Ich habe auch einen Jeffree Star Dupe dabei heute für euch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem Swatchen. Ich glaube, ich fange erstmal mit den Huda Dupes an. Ich habe hier nämlich einmal die Huda Beauty Rose Gold Eyeshadow Palette. Das ist glaube ich die erste Edition. Die hat ihr nochmal neu rausgebracht. So sieht die aus. Und dann habe ich hier zwei Dupes dazu. Und zwar ist das einmal die I Heart Make-up Chocolate Rose Gold Palette. Das ist eine von den richtig richtig schönen Chocolate Paletten. Und so sieht die hier von innen aus. Also hier fehlt zum Beispiel jetzt der schwarze Ton, aber an sich sind hier halt die ganzen Schimmertöne mit dabei, die ich persönlich extrem schön finde. Und wir haben hier auch noch einmal von Revolution Pro die Regeneration Relevation Palette. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox übrigens. Also alle Dupe Paletten schreibe ich euch hinten unten in die Infobox rein mit den passenden Dupes dazu. Und das ist diese hier. Ich zeige euch die mal so nebeneinander, damit ihr jetzt mal ein Bild dafür bekommt, was Dupes sind. Hier hat Revolution war schlau, sage ich jetzt mal, und hat einfach die Palette umgedreht. Und so sieht man, dass die wirklich super, super ähnlich sind. Die Farben sind sehr, sehr ähnlich. Und hier sind jetzt die Swatches von den drei Paletten. Ganz oben habe ich immer, eigentlich bei allen anderen Spots auch, immer die original, was heißt die original, die teurere Palette. Hier ist halt oben die Huda Beauty Rose Gold Palette. Darunter kommt die Revolution Pro Palette und ganz, ganz unten ist die Chocolat Palette. Wie man bei der Chocolat Palette sieht, das Schwarz fehlt halt bei der. Aber sonst finde ich, ist da wirklich fast kein Unterschied. Ich finde sogar, bei der Revolution Pro Palette ist das Schwarz besser als bei der Huda Beauty Palette. Und ansonsten finde ich die wirklich extrem gleich. Die Schimmertöne sind richtig schön bei allen. Die matten Töne sind bei allen richtig schön. Und ja, ich finde, man sieht gerade sehr gut, dass es hier halt echt fast identische Farben einfach sind. Dann habe ich noch eine Huda Palette. Und zwar die New Nude. Die sieht von außen so aus. Ich denke mal, ihr kennt die fast alle. Und das hier sind die Farben. Das sind halt richtig schöne Nude-Rosa-Töne. Und vor allem ganz besonders daran sind halt hier, die ist halt schon ein bisschen benutzt, die Palette jetzt. Aber man sieht immer noch, dass diese, die Schimmertöne, die haben so weiße Punkte da drin. Die sehen so marmoriert aus. Also es wäre das, die Textur davon sieht halt super interessant aus. Und das ist bei dem Dupe dazu nämlich genauso. Und zwar von Revolution Pro die New Neutral Luxe Shadow Palette. Von außen so. Die hat so ein Leoparden-Muster. Und das hier ist die Palette von innen. Ich glaube, hier drauf kann man das halt noch sehen. Genau hier auf dem hier. Das mit hier auch halt diese weißen Marmorierungen drin ist. Und auch interessant bei den beiden Paletten, da ist oben in der Ecke ein Concealer oder so eine Lidschatten-Base drin. Je nachdem, wie man das benutzen möchte. Hier habe ich halt auch wieder oben die Huda Beauty New Nude Palette. Und unten drunter ist die Revolution Pro Palette. Bei denen haben jetzt nicht alle Farben hundertprozentig gepasst. Deswegen habe ich halt wirklich nur jetzt die Farben geswatcht, die wirklich sehr, sehr gute Dupes zueinander waren. Wirklich gepasst haben. Perfekt. Und was ich hier auch nicht gemacht habe, ich habe den Concealer jetzt nicht geswatcht. Aber sonst sind die wirklich alle super gleich. Auch die Glitzertöne, die beiden recht mittig, sind richtig schön. Die Schimmertöne, wie man sieht, sind super schön. Und auch super gleich. Das sind nur an sich die anderen Farben in den Paletten ein bisschen unterschiedlich zueinander. Aber das waren wirklich die Farben, die wirklich fast hundertprozentig zueinander gepasst haben. Dann habe ich jetzt ein Dupe zu einer Jeffree Star Palette. Bei der Revolution Palette sind nicht alle Farben vorhanden. Aber so die, die da sind, sind auf jeden Fall schöne Dupes zu der Originalen. Ich habe hier jetzt einmal die Blood Sugar von Jeffree Star. Das ist ja auch eine unheimlich große und schwere Palette. Und das hier ist die Revolution Palette. Also richtig schön, klein und handlich. Die ist halt perfekt zum Reisen. Die ist halt wirklich, sieht super gut aus. Vor allem im Schrank stehen sieht die wunderschön aus. Ist auch sehr, sehr schön. Ich mag die richtig gerne. Aber ist halt groß und die hier wäre halt super zum Reisen, wenn man die Farben mag. Auf jeden Fall ist das hier die Jeffree Star Blood Sugar Palette. Hat halt so richtig schöne rot- und neutrale Töne und auch so dunklere lila Töne. Und das hier ist dann die Reloaded Red Alert Palette von Makeup Revolution. Wie man hier sehen kann, auch neutrale Töne dabei. Rote Töne, pink, dieses weiß, dieses matte ist halt auch in der Blood Sugar mit drin. Finde ich auch sehr schön. Bei denen habe ich auch, wie bei den anderen wieder, oben die Jeffree Star. Also oben die teurere Palette und unten ist die Revolution Palette. Und bei denen, ich finde vor allem das Weiß, ist bei beiden sehr, sehr gut pigmentiert. Was ich nicht gedacht hätte, dass die beide so extrem gut pigmentiert sind, die weißen Töne. Finde ich sehr, sehr schön. Die Jeffree Star Palette hat ein paar mehr Farben wieder drin. Und die, ich habe jetzt wieder nur wieder die geswatcht. Das ist die ganze Revolution Palette. Also unten ist wirklich die komplette Palette von Makeup Revolution. Aber oben fehlen halt so ein paar von der Jeffree Star Palette. Weil ich ja nur die Dupes mache und nicht auch noch die anderen Palettenfarben, die dann nicht so hundertprozentig zupassen. Und jetzt kommen wir schon zu den Anastasia Beverly Hills Dupes. Anastasia Beverly Hills ist ja eine unheimlich berühmte Marke. Vor allem für die Lidschatten von denen. Und ich persönlich mag die auch sehr, sehr gerne. Aber meine gehen schon langsam der Ende zu manchen Paletten von denen. Und mir ist es einfach zu teuer, die nachzukaufen, ehrlich gesagt. Ich liebe die. Ich mag die richtig gerne. Aber wenn man die Farben halt auch in einer guten Qualität noch woanders bekommt, dann würde ich, glaube ich, eher für den Alltag auf jeden Fall dazugreifen. Eben weil ich benutze die gerne im Alltag. Und dann gehen die doch relativ schnell leer. Ja, und das ist nicht ganz so cool, wenn die schnell leer gehen, finde ich. Wenn die eben, weil die ein bisschen teurer sind. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt erstmal die Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Das ist die hier. Die hat so einen Stoff drumherum. Also sie sieht richtig schön aus. Fühlt sich super gut an. Wird aber sehr schnell dreckig, wie man sieht. Also meine ist schon sehr mitgenommen aus. Die ist aber auch schon echt Jahre alt. Wie alt ist die? Vier, fünf Jahre, glaube ich, mittlerweile. Und das ist die von innen. Wie man sieht, sehr oft benutzt. Ich müsste die ja nicht mal sauber machen. Tut mir leid, ich habe das für das Video nicht extra sauber gemacht. Auf jeden Fall ist das die hier mit diesen paar sehr neutralen Farben. Dann eher diese ein bisschen rötlicheren Töne. Und so ein... Ich glaube, da sind nur drei Schimmertöne auch noch mit drin. Genau, drei Schimmertöne. Sonst aber sehr, sehr matt, der Rest. Und der Dupe dazu ist dann die Reloaded Iconic Vitality Palette. Ich muss das mal hier aufkriegen. Die meisten Revolution Paletten habe ich jetzt halt neu, weil ich die halt noch nicht benutzt habe, weil ich die Farben ja so gesehen zu Hause habe. Ich jetzt aber für den Alltag die hier benutzen möchte. Und zwar ist es die hier. Wie man auch sieht, halt so neutrale Töne. Die ist halt anders aufgebaut. Und wie gesagt, das ist halt kein Fake davon, sondern die Farben sind einfach nur extrem ähnlich. Und ja, man hat halt diese roten Töne, die neutralen Töne, die Schimmertöne sind da mit da drin. Man hat hier sogar noch einen extra schwarzen mit dabei. Also ist halt sogar noch ein Ton mehr bei vielen von den Revolution Paletten. Hier habe ich halt auch wieder oben die ABH Palette, also die Modern Renaissance und unten die Revolution Palette. Und bei denen war ich wirklich geschockt, bei allen Revolution Paletten, die jetzt kommen, wie sehr ähnlich die zu der originalen oder der teuren Palette sind. Also die Farben sind eins zu eins gleich tatsächlich, meiner Meinung nach. Die Pigmentierung ist ein bisschen weniger bei Revolution. Man müsste die so ein bisschen mehr aufbauen, aber finde ich gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil das echt super, super gleich aussieht einfach. Und da bin ich echt super zufrieden mit den Dupes davon. Dann habe ich die Soft Glam von Anastasia Beverly Hills. Das ist halt auch einmal die. Auch wieder sehr, sehr neutrale Töne. Sehr viel braun, warmes braun, gold. Und auch mit einem Schwarz hier unten dieses war mit dabei. Und der Dup dazu ist die Reloaded Velvet Rose Palette. Die habe ich schon benutzt. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich die in einem Video benutzt habe. Aber auf jeden Fall mag ich die richtig gerne. Habe ich jetzt noch nicht so oft benutzt. Allgemein, weil ich halt viel Make-up hier habe und ich das rotiere das meiste, sehr, sehr oft das meiste. Auf jeden Fall ist das die, wie man sehen kann, auch wieder sehr, sehr ähnliche Farben, aber halt nicht komplett kopiert. Hier ist es wieder, wie eben das, die wirklich super identisch aussehen, einfach die beiden Paletten. Die Soft Glam oben und die Revolution unten. Und ich sehe bei denen wirklich eigentlich gar keinen Unterschied. Die ersten beiden Töne sieht man, also die ganz rechts, sieht man jetzt nicht ganz so, weil es halt eher so hautfarbene Töne sind, die wirklich passend zu meiner Haut sind. Aber da ist auch noch Lidschatten, den sieht man nur auf dem Foto nicht. Aber unheimlich gut von das Schwarz von Make-up Revolution. Ist super, super gut pigmentiert. Und auch wieder ein wirklich perfektes Dupe. Dann habe ich die Anastasia Beverly Hills, ist ja eigentlich alles von ABH jetzt, die Subculture-Palette. Da gab es ja so ein bisschen Drama in der Beauty-Community über die Palette, weil die halt sehr, sehr pudrig ist. Also Lidschatten von denen sind halt extrem weich und mein Pinsel da reingeht. Ich mag die trotzdem extrem gerne, aber vielen war die halt zu pudrig. Und deswegen ist das Dupe eine sehr, sehr gute Wahl, finde ich. Wenn man nicht extrem pudrige Lidschatten mag, kann man die super benutzen, eben weil die ist ein bisschen fester gepresst und da hat man dieses Problem nicht mit den ganzen Fallout. Auf jeden Fall ist das hier halt die Anastasia-Palette mit den grünen und gelben Tönen da drin. Finde ich ein super, super cooles Farbschema. Ich finde die sehr, sehr schön, die Farben da drin. Und der Dupe dazu ist die Reloaded Division Palette. Die hier. Das, was mir bei dir hier auffällt, dass die Farben so ein bisschen muted sind. Also die sind nicht ganz so kräftig, die sind ein bisschen mehr natürlich, also ein bisschen mehr so toned and down. Die sind nicht ganz so leuchtend. Vor allem dieses, bei ABH ist das ja so ein rötlicher Ton und der ist halt hier mehr so ein bisschen so ein braun-rot. Finde ich aber gar nicht so schlimm, ist halt trotzdem eine sehr, sehr schöne Farbauswahl, so ein schönes Farbschema. Und hier ist ebenfalls wieder oben ist die ABH Subculture. Unten ist die Makeup Revolution Reloaded Palette. Das ist die einzige Palette von Revolution, die nicht ganz so extrem pigmentiert ist wie die Original- oder wie die teure Palette, weil aber die von ABH halt super weich und super pudrig ist. Deswegen, die besteht fast nur aus einfach nur purem Pigment, was da reingepresst wurde und was sehr, sehr weich gepresst wurde auch. Und die von Revolution ist halt diese normale Standard-Lidschatten-Formulierung, die etwas härter gepresst ist. Die dadurch aber nicht ganz so stark pigmentiert ist. Aber mit der bekommt man trotzdem auf jeden Fall genau dieselben Looks hin wie mit der Subculture. Man müsste die halt nur eventuell ein bisschen mehr aufbauen. Aber das Farbschema ist einfach trotzdem dasselbe, was ich persönlich super, super gerne mag. Und das letzte Dupe ist dann von der ABH Sultry Palette. Bei der ist die Verpackung halt sehr, sehr schön, weil die halt so einen bronze Belize hat. Und das hier ist die von innen. Die hat mal so ein paar kühlere Töne, auch mit so einem Silber mit da drin, einen so ein rosa hier oben und sonst auch sehr neutrale, aber recht kühle Töne und relativ viele Schimmertöne auch mit dabei. Bei der. Und das Dupe zu der ist dann die Reloaded Hypnotic Palette. Die hier. Wie ihr sehen könnt, es sind sehr, sehr viele von den Reloaded Paletten dabei, die ich extrem gerne mag, geben, weil die Pigmentierung bei denen wunder, wunderschön ist. Und ja, die sind halt schön klein, richtig schön praktisch. Und das ist halt die hier von dem Farbschema. Auch mit dem Silber noch mit da drin. Die ist ein rosa und sonst sehr viele Schimmer- und Brauntöne. Und auch dieses eine Schwarzfläche unten. Und hier ist dann auch wieder oben die Anastasia Beverly Hills Palette. Unten ist die Revolution Palette. Das Einzige, was bei denen unterschiedlich ist, ist das Schwarz. Das ist von ABH einheitlich besser pigmentiert, aber trotzdem sehr, sehr gut von der Revolution. Man müsste es halt wieder ein bisschen mehr aufbauen. Die Schimmertöne sind wirklich komplett dieselben. Also ich sehe da keinen Unterschied bei den beiden. Super, super schön. Ich finde die sehr, sehr schön, vor allem, weil es mal kühlere Töne sind. Und auch wieder ein perfektes Dupe. Außer halt, wie gesagt, das ist Schwarz. So, und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, euch die Farben noch mal ein bisschen mehr zeigen, weil ich, wie am Anfang schon gesagt, finde, dass Dupes eine super Idee sind, solange die halt nicht die Firma komplett nachmachen. Und das macht Evolution halt nicht. Das mache ich daran sehr, sehr gerne. Die machen, die tun es dann nicht so, als ob die die Marke sind. Man kann halt wirklich auch für wenig Geld eine sehr, sehr schöne Farbauswahl bekommen und trotzdem auch sehr, sehr gute Qualität, wie man bei den Swatches gesehen hat, finde ich. Und noch mal zur Info, was ich trage, danach fragen ja viele, weil ich vergesse, das im Video zu sagen oder es unten hinzuschreiben. Meine Lashes sind die Red Cherry Trace, also 217. Und auf meinen Lippen trage ich von Nabla aus der Mystic-Kollektion den Liquid Lipstick in der Farbe Eve. Ich finde die so unheimlich schön. Die Verpackung ist wunderwunderschön. Das ist so ein richtig schönes Nude. Gut, aber das sind die heißen Liquid Lipsticks, aber das sind keine matten Liquid Lipsticks. Das sind halt eher Creme Liquid Lipsticks, die so einen gleichen Gloss und Shine haben. Die werden jetzt nicht matt, aber halten trotzdem super. Ich mag die richtig gerne. Nur zur Information, also das trage ich auf meinen Lippen. Und das wäre es dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann bitte auch gerne unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, mehr Videos von uns sehen möchtet. Ich habe im letzten Video schon gesagt, dass jetzt alle zwei Wochen nur noch ein Video kommt und in den Wochen dazwischen, dass da ein Blogbeitrag kommt von mir auf unserer Internetseite, auf unserem Online-Shop. Wenn ihr nach ganz, ganz unten scrollt, da findet ihr unseren Beauty-Blog noch ein paar mehr Tipps und Tricks und da kommt auch bald ein Blog zu Dupes. Also, dass ihr nochmal alles nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Den verlinke ich euch auch unter der Infobox, wenn der dann online ist. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Palänen, zu den Dupes oder sowas, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch aber auch alle Dupes von Evolution in der Infobox, dass ihr dann mal nachgucken könnt und allgemein unseren Online-Shop, wo ihr alle Sachen findet, auch die Lashes, die ich trage, den Lippenstift, den ich trage, findet ihr alles in der Infobox unten. Ich verlinke euch da. Ich versuche auf jeden Fall immer alles da zu verlinken und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.